Hallo und herzlich willkommen zu einem anderen Video, was sonst nicht so auf meinem Kanal vonstatten geht. Und zwar mache ich heute ein OBS-Tutorial. Ich habe jetzt gerade eben schon ein anderes OBS-Tutorial aufgenommen zu den Video-Einstellungen, die ich benutze, wie man eine ganz gute Video-Qualität zu einer relativ kleinen Bild... äh Quatsch, Bild... Dateigröße bekommt. Das ist das andere Video, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt möchte ich euch einmal meine ganzen Audio-Einstellungen zeigen. Und die sind auch noch wesentlich interessanter, weil ich kenne kein Video auf YouTube, was das wirklich alles umfasst, was ich so an Audio-Einstellungen habe. Genau, das möchte ich einmal alles abarbeiten. Und zwar fangen wir einmal an bei Ausgabe. Haben wir hier Audio. Das kann ich jetzt gerade nicht einstellen, weil ich da noch nebenbei aufnehme. Auf jeden Fall würde ich bei allen Spuren bei Audio-Bitrate 320 einstellen, weil das ist die höchste Bitrate, die geht. Und das ist halt einfach die beste Qualität. Und ja, 320 reicht eigentlich auch vollkommen aus. Genau, die würde ich einfach überall auf 320 stellen, selbst wenn man nicht alle benutzt, weil wenn man sie benutzt, ist es schon mal eingestellt. Nicht, dass man es dann nachher vergisst. Jetzt wird das schon wieder geschlossen. Ich bin ein Profi. Genau, das war bei Ausgabe das Audio. Dann gehen wir nochmal auf den richtigen Audio-Tab. Hier kann man, ganz wichtig, die Abtastrate, das müsst ihr einmal hier unten bei den Windows-Sound-Dingern hier unten auf Aufnahmegeräte gehen und dann einmal bei eurem Mikrofon gucken. Das ist einmal hier mein Podcaster. Einstellung auf Erweitert und dann guckt ihr einmal, was hier steht. Also bei mir stand voreingestellt, ein Kanal, 24-Bit, 48.000 Hertz, Studio-Qualität. So, und das würde ich auch immer so lassen, weil es ist voreingestellt, ja, eigentlich macht es keinen Unterschied, ob man jetzt das andere nimmt oder das. Ich habe so 48.000 Hertz gehabt. Ich lasse es so und deswegen habe ich das hier nämlich auch so eingestellt, 48 Kilohertz. Und das würde ich euch auch empfehlen, das auf jeden Fall überall gleich einzustellen, damit da keine Soundbugs oder so auftreten. Deswegen einfach kurz bei Windows gucken, wie euer Mikrofon eingestellt ist, auf wie viel Hertz und das dann halt auch bei OBS anpassen. Genau, Kanäle kann man Stereo einfach lassen und der Rest, ja, das sind halt nur die Geräte, die man hier auswählen kann. Ja, der Rest ist relativ irrelevant hier mit Aktivierung, Push-to-Mute, Push-to-Talk, bla, braucht man nicht unbedingt. Ja, genau, erweitert haben wir dann hier auch noch eine Audio-Einstellung. Da können wir das aber einfach, das können wir einfach gedroht ignorieren. Das hat überhaupt nichts mit der Audio-Qualität zu tun. Ja, das kann man einfach weglassen. So, was auch noch wichtig ist, um verschiedene Audiospuren in der Aufnahme zu haben, kann man hier bei Ausgabe nochmal gucken, und zwar diesmal bei Aufnehmen, dass man hier zwei oder drei oder man kann auch allem nehmen, aber es reichen eigentlich meistens zwei Audiospuren angehakt hat, denn man kann hier bei diesem kleinen Rädchen hier, beim Mixer, kann man einfach raufgehen und dann hat man hier nämlich so einen Audio-Mixer. So, und dann kann man nämlich hier auswählen, dann hat man hier die Spur 1, 2, 3, 4, 5, 6, und man kann hier auswählen, welche Audio-Ausgaben auf welchen Spuren laufen. Heißt, ich habe zum Beispiel ein Mikrofon auf der Spur 1 und auf der Spur 3, und mein Desktop-Audio habe ich auf der Spur 2 und auf der Spur 3. Das habe ich nämlich darum gemacht, die Facecam, ich weiß gar nicht, warum die hier überhaupt bei Audio aufgelistet ist, die nimmt auch überhaupt kein Audio auf, keine Ahnung, warum die da steht, ich weiß es nicht. Deswegen habe ich die einfach zu keinen Spuren hinzugefügt, und ja, genau. Und zwar habe ich jetzt für Aufnahmen die Audiospuren 1 und 2, da kann ich dann nämlich im Nachhinein, wenn ich die Videos nochmal rendere, damit die nicht so lange zum Hochladen brauchen, habe ich hier zwei Audiospuren, damit ich das Spiel-Audio nochmal an meine Stimmen-Audio anpassen kann, falls das Spiel zu leise ist oder zu laut, dass ich das nochmal ändern kann. Genau, und dann habe ich hier beide auf die Spur 3 gelegt, falls ich mal streamen sollte, was wahrscheinlich niemals vorkommen wird, aber vielleicht in der Zukunft, wer weiß, habe ich dann beide auf die Spur 3, weil beim Streamen kann man nur eine Audiospur gleichzeitig streamen, deswegen muss alles, was an Audio aufgenommen werden soll, auf eine Spur. Und dafür habe ich halt hier die Spur 3. Und genau, ja, das war es hiervon. Hier kann man dann noch die Lautstärke einstellen von den verschiedenen Audio-Dingern, herunterwischen zum Mono kann man auch noch machen, die Links-Rechts-Auslegung und bla, aber das sind alles so, ja, das sind alles so Einstellungen, die brauchen wir nicht unbedingt. Das Wichtigste sind halt hier die Spuren und eventuell die Lautstärke. Genau. So, das war dann das. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt, den ich euch gerne zeigen möchte. Und das ist wirklich das Allerwichtigste. Also, das gibt es wirklich in keinem anderen Video. Also, ich habe es zumindest nicht gesehen. Wenn es das doch gibt, weist mich gerne darauf hin. Und zwar die Audio-Filter. So, dazu braucht ihr, ähm, kleinen Moment. Ich muss einmal ganz kurz Google öffnen. So, das müsst ihr jetzt sehen. Das heißt, ähm, äh, guckt einfach mal nach Reaper-Plugins. Und dann müsste das hier die erste Seite sein. Ich verlinke die auch gerne in der Videobeschreibung. Das ist dann nämlich einmal, äh, www.reaper.fm-slash-slash-reaplugs-slash. Ähm, und dann geht ihr hier auf Download Reaper. Ähm, das müssen einfach diese Dings hier sein. Und dann hier unten auf Download Replugs. Ähm, nehmt ihr wahrscheinlich dann die 64-Bit-Version. Und installiert die auf den vorgegebenen Pfad. Nicht woanders hin installieren, weil sonst erkennt OBS das nicht. Ähm, einfach so installieren, wie es da vorgegeben ist. Also den Pfad nicht ändern, sonst geht das nicht. So. Und zwar gibt es nämlich seit der OBS-Version 18, also OBS-Studio-Version 18, gibt es jetzt nämlich Audio-Plugins. So. Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Denn ihr hört mich jetzt die ganze Zeit mit, ähm, einem Noise-Gate und einem Equalizer reden. Das Noise-Gate gab es schon vorher. Das ist OBS-Standard. Ähm, das zeige ich euch mal, weil wenn ich das jetzt ausschalte, dürftet ihr jetzt meinen Rechner hören. Und eventuell allgemeines Grundrauschen und vielleicht Mausklicks und sowas. Die Mausklicks sollte man gerade auch hören. Ähm, dafür ist das Noise-Gate einfach gedacht, ähm, dass man halt Hintergrundgeräusche einfach wegschaltet. So. Hintergrundgeräusche sind weg. Oder auch nicht. Wie nimmt er die aus irgendeinem Grund gerade wieder auf, obwohl das genauso eingestellt ist wie vorher? Ich hab keine Ahnung. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Noise-Gate. Stellt man so ein, ähm, Attack-Zeit und Release-Zeit würde ich beides auf 90 lassen. Kann man auch auf 80 runterstellen. Ähm, was aber am wichtigsten ist, ist die Hohlzeit. Die muss auf jeden Fall auf 10 gestellt werden, weil, wenn man, äh, redet und es im Hintergrund dauerhaft rauscht und man dann aufhört zu redet, hält er 10 Millisekunden, ähm, an. Also man könnte theoretisch auch 0 reinschreiben, aber dann sind die Sätze am Ende ein bisschen abgehakt. Ähm, deswegen auf 10 lassen, damit er, äh, noch Zeit hat, den Satz zu Ende zu, äh, zu aufzunehmen, aber auch nicht zu lange Zeit hat, um das Rauschen aufzunehmen. Warum auch immer er das jetzt bei mir trotzdem tut. Manchmal ja, manchmal nein. Ja, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung. Äh, sollte auf jeden Fall so eigentlich funktionieren. Ähm, mit dem Schließen und Öffnen Schwellenwert muss man ein bisschen rumspielen. Ist bei jedem Mikrofon anders, äh, einfach hier unten immer mal auf den Pegel achten. Ähm, wo, wie, wie groß man die, äh, das Öffnen-Ding einstellt, weil wenn ich das jetzt hochstelle, so, in die Richtung, dann sieht man schon, äh, dass er das trotzdem automatisch aufnimmt. Heißt, äh, dass man, desto weiter man das nach rechts bewegt, desto, äh, unempfindlicher wird das. Und man muss halt einfach, ich bin jetzt mal ruhig und ihr guckt mal auf den Pegel und achtet mal drauf, wie weit, äh, der dann irgendwann runter geht und ab welchem Punkt der einfach nicht mehr vorhanden ist. So. Da ist auch schon der Punkt angelangt, wo der nicht mehr vorhanden ist. 51, minus 51 Dezibel. Ja, aber er nimmt trotzdem teilweise das noch auf. Deswegen, ich würde nicht da, äh, den setzen, wo er nicht mehr vorhanden ist, wenn man leise ist, sondern immer so, ja, ich würde mal so sagen, so, 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 sechs bis sieben Dezibel noch mehr, also, beziehungsweise, wie, ne, mehr. Mehr war jetzt ja, ja, mehr. Also halt noch weiter nach rechts gehen, sechs bis sieben Dezibel, äh, damit das auch vernünftig eingestellt ist. Den schließenden Schwellenwert, ja, den kann man so, ja, so um die 15 höher machen, äh, oder niedriger machen als den öffnen Schwellenwert. Der schließenden Schwellenwert ist aber auch nicht so schlimm. Das Wichtigste ist der öffnen Schwellenwert. Also so, wie das hier ist, das Noise Gate eingestellt ist, so ist es für mich am besten eingestellt. Also für mein Mikrofon, für meine Stimme, für meine ganze Umgebung, man muss es einfach austesten. So, und jetzt kommt das Aller, Allergeilste, denn, so wie ihr mich gerade hört, klingt mein Mikrofon normalerweise gar nicht, ähm, weil das hier ist nur ein USB-Mikrofon, also nur, das ist halt, ist das Rode Podcaster, das müssten viele kennen, ähm, es gibt ja noch die, äh, XLR-Variante, das USB, äh, das USB, ja, das Rode Procaster, da braucht man dann noch ein Audio-Interface, um das überhaupt an PC anschließen zu können und so, ähm, und das ist halt alles relativ unnötig, denn man kann sich das Audio-Interface sparen, zumindestens, wenn man mit OBS aufnimmt, ähm, und hier einen einfachen Equalizer reinballern, denn, so wie ich mich gerade anhöre, hört sich kein normales Rode Podcaster an, wenn man das einfach nur so aufnimmt. Ich schalte das mal aus und dann hört ihr mal, wie ich mich eigentlich anhöre, wenn ich den Equalizer nicht drin hätte. So, äh, ja, ihr müsstet jetzt eine echt drastische Audio-Änderung gehört haben, gerade wenn ihr jetzt mit Kopfhörern zum Beispiel hört, hört man das ziemlich extrem, ähm, es ist einfach, es klingt einfach viel flacher, viel, ähm, ja, da fehlt einfach so der Bums in der Stimme. Äh, es klingt einfach nicht so geil. Also, es klingt zwar klar und rauschfrei und so, alles super, also der, 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 an sich, der Klang ist gut, aber es, es ist halt nicht so, so eine dynamische Stimme, es klingt nicht so geil irgendwie. So, und mit diesem Equalizer, ich hab den jetzt nochmal angemacht, klingt das halt wesentlich besser. Also, ist meine Meinung, so diese typische, ähm, erzählerbassige Let's Play-Stimme, die man so gerne hört, ähm, die kann man halt mit diesem Equalizer machen. Genau, und da ihr ja jetzt, äh, von diesem Replugs hier, das hier, äh, installiert habt, hoffentlich auf dem richtigen Pfad, ähm, kann man nämlich den Equalizer jetzt auch benutzen. Dazu müsstet ihr einmal, ich glaube, entweder, startet mal vorsichtshalber den PC neu, ich, wenn's nicht schon nach einem OBS-Neustart schon funktioniert. Und zwar geht ihr dann hier auf hinzufügen, ich mach das einfach nochmal, äh, VST 2.x Plugin. So, ich mach den Equalizer mal aus. Genau, und dann hört ihr gleich, äh, wie sich die Stimme verändert, wenn ich den, äh, das Plugin benutze. So, dann wählt ihr hier, ähm, was jetzt Sinn machen würde, wäre der Re-Equalizer Standalone, aber der ist komplett, also der macht genau das gleiche wie der, den ich gleich benutzen werde, aber der ist komplett beschissen einzustellen. Der ist so unübersichtlich und blöd einzustellen, und das dauert Stunden, bis ihr das richtig eingestellt habt, weil das total beschissen ist. Ich benutze den, äh, Rear 4, oder, oder für, oder wie auch immer, Standalone. Das wählt ihr einmal aus, und dann geht ihr auf Öffne Plugin-Schnittstelle. So, sieht jetzt erstmal im ersten Moment ziemlich verwirrend aus. Ähm, ja. Ja, es ist auch am Anfang ein bisschen unübersichtlich, aber es geht eigentlich relativ einfach. So, wir haben hier ein paar Einstellungen, das könnt ihr eigentlich alles so lassen. Normalerweise sollte der Mode hier auf EQ sein, also Equalizer, das lasst ihr auch so. Und der Edit Mode, ähm, den lasst ihr auch auf, äh, Point, äh, Smooth. Das ist am allereinfachsten. Genau, und jetzt habt ihr hier, äh, rechts eine Dezibel-Anzeige und hier eine Herzanzeige. Ähm, hier unten 50 Hertz, 100 Hertz, 200 Hertz und geht hoch bis 20.000 Hertz. So, und wenn ihr redet, seht ihr auch schon, hier schlägt das überall aus. Und wenn ich jetzt so ein bisschen, mmh, so dunkle, tiefe Töne mache, schlägt das hier mehr aus. Und wenn ich so hohe und, äh, so halt, ja, so höhere Töne mache, die schlagen dann eher so hier im mittleren bis hohen Bereich aus. Genau, und, äh, um das ein bisschen zu pimpen, das Ganze, damit das vernünftig klingt, machen wir das jetzt mal live, äh, und zwar, äh, also bei mir funktioniert das. Ihr müsst da auch ein bisschen rumprobieren. Ähm, ihr könnt meine Einstellung benutzen. Es funktioniert eigentlich so ziemlich gut. Ähm, ihr könnt es natürlich auf eure Stimme nochmal ein bisschen anpassen, auf euer Mikrofon. Aber so, finde ich persönlich, klappt es am besten. Also, und zwar, so ab hier 50, äh, 50 Hertz macht ihr hier mal so einen Punkt und den könnt ihr hier immer so hoch und runter ziehen. Und dann verändert sich dementsprechend auch die Kurve. Die packt ihr mal so kurz über diesen plus 12 Dezibelstrich, so auf plus 14 ungefähr. Und dann macht ihr mal hinter 50, so hier in der Mitte, einen, der ein bisschen runter geht. So. Ähm, dann würde ich euch empfehlen, den Rest hier auf 0 zu lassen und diesen Punkt hier auf, äh, 200 Hertz zu bewegen. Weil wenn ab 200 Hertz, äh, das höher geht, klingt das total komisch. Also ich würde es halt immer nur nach 200 Hertz oder halt vor 200 Hertz, das, was da drunter ist, ähm, würde ich hochregeln, damit die Stimme bassiger wirkt. Ansonsten würde ich es einfach, äh, hier auf der Ebene belassen. Genau, und dann könnt ihr hier nochmal, noch einen Punkt setzen und den nochmal höher setzen. Und, äh, genau, dass ihr dann hier so eine, so eine Kurve habt, die halt hier so bei plus 12 ein bisschen drüber, so plus 14, plus 15 ist. Ähm, ja, damit das auch vernünftig bassig klingt. Ähm, genau. Genau, und das hier lasst ihr halt einfach so gerade und dann würde ich euch noch empfehlen, dass bei, ähm, zwischen 1,5 K, äh, also 1,5 Tausend Hertz, so ab hier, bis, ähm, ja, so 10 Tausend bis ein bisschen höher, da so zwei Punkte macht. Und dazwischen könnt ihr das auch wieder ein bisschen hochziehen, aber ich würde so plus 3 bis plus 4, vielleicht plus 5 machen. Also höchstens so, weil sonst klingt es wieder total beschissen. So, das müssten ungefähr die Einstellungen sein, die ich habe. So in die Richtung müsste es bei euch aussehen. Ich zeige euch nochmal, ähm, mach den mal wieder aus und den richtigen an. So habe ich meine, äh, meine, meine Kurve hier gemacht. So müsste das ungefähr bei euch aussehen. Äh, wenn es bei euch komisch klingt, probiert einfach ein bisschen rum. Die Höhen vielleicht ein bisschen rausnehmen, die, äh, Bassstimme vielleicht noch ein bisschen hoch, vielleicht ein bisschen runter. Es kommt auf die Stimme und aufs Mikrofon drauf an. Es ist überall unterschiedlich, ähm, man muss es einfach personalisiert einstellen. Ich mache mal den neuen hier wieder weg. Und einfach schauen, dass es auf eure Stimme angepasst ist. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, hier alles so lassen. Und halt, wichtig ist halt wirklich diese Kurve, dass ihr hier hinten, ähm, bei den, äh, bei den basslastigen, äh, Tönen halt wirklich hochgeht auf plus 14 oder so. Und hier halt so auf plus 4 bei den Höhen. Und dann habt ihr, ähm, eure Stimme, wie gesagt, von diesem blechernden Kackton zu diesem geilen, äh, ja, äh, bassigen, geilen Ton. Verändert. Nur mit diesem Equalizer. Und man kann das halt alles live in die Aufnahme reinballern. Man muss nichts nachbearbeiten. Man hat's direkt live in der Aufnahme. Es ist so super praktisch. Und man kann so viel aus so vielen, auch, ich sag mal, schlechten Mikrofon rausholen. Wenn's jetzt nicht so ein, äh, so ein, so ein Großkondensatormikrofon ist wie das hier, sondern vielleicht nur so was hier, so ein Headset-Mikrofon, ähm, kann man da auch viel rausholen, wenn man's richtig einstellt. So, und, ähm, was ich euch nicht empfehle, was viele immer benutzt haben, in verschiedenen Videos hab ich auch schon gesehen, die Rauschunterdrückung. Äh, äh, die funktioniert zwar, man kann hier dann die Rauschunterdrückung einstellen, aber, ähm, wenn, wenn das Rauschen nicht zu heftig ist, reicht ein neues Geld vollkommen. Weil, wenn man redet, wird das Rauschen sowieso davon überdeckt und die Rauschentfernung nimmt halt auch das Rauschen aus der Stimme. Und je stärker das Rauschen ist und desto mehr das aus der Stimme genommen wird, desto mehr wird die Stimme verändert und desto komischer klingt die Stimme. Und, äh, wenn, wenn man redet, übertönt man meistens sowieso das Rauschen. Und beim Noise-Gate, äh, kann man dann halt, äh, ja, das Rauschen, während man nicht redet, quasi deaktivieren. So, wenn man so will. Ähm, ja. Genau, und, ja, ich stell das mal grad so auf 40, weil ich grade seh, dass die, dass der Pegel unten immer ein bisschen ausschlägt, wenn ich aufhör zu reden. Ja, jetzt, jetzt ist es ein bisschen besser. Ähm, ja, so, so lass ich das mal. Ähm, genau. Das war das mit den Audio-Einstellungen. So könnt ihr auf jeden Fall eurer, äh, Mikrofon richtig, richtig geil, ähm, verändern, wie ihr hört. Und, also, es macht so einen riesen Unterschied, wie man das, wie man diesen Equalizer einstellt. Das ist so geil. Und das geht halt erst seit der Version 18 von OBS Studio, also auch möglichst die neueste Version runterladen. Empfehle ich euch auf jeden Fall sehr. Ähm, ich find's einfach nur richtig geil. Also, ich bin richtig zufrieden jetzt mit den Audio-Einstellungen und, ja. Gut, ich hoffe, das hat euch geholfen, ähm, um eure Video, äh, eure Video, eure Audio-Qualität ein bisschen zu verbessern. Oder sehr viel zu verbessern, ich weiß es nicht. Kann ja sein. Ähm, lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da, eventuell, oder einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Ähm, ob ihr, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne unten in die Kommentare hämmern. Ähm, ja. Gebt mir eine Rückmeldung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.